Das Pliocen ist in der Erdgeschichte eine chronostratigraphische Serie des Neogen. Es begann vor etwa 5,333 Millionen Jahren und endete vor etwa 2,588 Millionen Jahren. Vor dem Pliocen liegt das Miozen. Nach ihm folgt das Pleistozen, die Eiszeit, mit einem Wechsel von Warm- und Kaltzeiten bis ins Holozen, der geologischen Gegenwart. Namensgebung und Geschichte Der Name stammt von Charles Lyle, der ihn 1847 zur Unterteilung des Tertiers vorschlug. Bis 2004 wurde das Pliocen als letzte Serie des Tertiers vor dem Quartier angesehen. Dann wurde von Grad Steineall, in ihrer Publikation A Geologic Time Scale vorgeschlagen, das Quartier ganz aufzugeben und Pleistozen und Holozen zum Neogen zu stellen. Dies rief jedoch heftigen Widerspruch von Seiten der verschiedenen Quartiervereinigungen hervor mit dem Ergebnis, dass das Quartier als System mit den beiden Serien Pleistozen und Holozen erhalten bleibt. Dem Pleistozen wurde zudem die oberste Stufe des Pliocens, das Gelasium, zugeschlagen. Die Ratifizierung dieses Vorschlags durch das IUGS erfolgte im Juni 2009. Definition und GSSP. Als Basis der Serie wurde die Obergrenze der magnetischen Polaritätschronozone C3 erdefiniert. Außerdem liegt die Grenze nahe dem Aussterbehorizont der kalkigen Nanoplankton Art Trichiorainabdoulos rugosus und dem Erstauftreten der kalkigen Nanoplankton Art Ceratolithus acutus. Die Obergrenze des Pliocens ist die Isotopenstufe 103, die Basis der magnetischen Polaritätschronozone C2r, und etwas darüber liegen die Aussterbehorizonte der kalkigen Nanoplankton Arten Discoasta Pentaradiatus und Discoasta Circulus. Der GSSP für den Beginn des Pliocens liegt in der Nähe der antiken Stadt Herakleia-Menoe. Untergliederung Das Pliocen wurde früher in drei Stufen unterteilt. Nach der Ausgliederung des Gelasiums sind es nur noch zwei Stufen. System Neogen-Serie, Pliocen-Stufe, Piasencium, Stufe, Zanklium-Serie, Miozen. In den großen Sedimentationsbecken Mitteleuropas werden die dort abgelagerten Sedimente hauptsächlich mit regionalen Stufen gegliedert. Für das zentrale Parateisbecken werden folgende regionale Stufen benutzt. Romanium, Dacium, Klima Im Pliocen war das Klima relativ stabil und warm. Der Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre wurde anhand von 13 C-12 C-Isotopen von organischem Material aus Meeressedimenten und versteinerten Blättern, ermittelt und betrug Mitte des Pliocen etwa 360 bis 400 ppm. 400 ppm wurde im Jahr 2014 wieder erreicht. Die Jahresdurchschnittstemperaturen lagen zunächst etwa 2 Millionen Jahre lang rund 2 bis 3 Grad Celsius über den Temperaturen vor industrieller Zeit. Verschiedene Klimaproxys dokumentieren einen 15 bis 25 Meter erhöhten Meeresspiegel im Vergleich zu heute. Gegen Ende kündigte eine allmähliche Abkühlung das bevorstehende Quartere-Eiszeitalter an. Mit der Vereisung der Arktis im Gelasium begann das Quartier, das bis heute andauert. Paleogeografie Die Landbrücke zwischen Nord- und Südamerika begann sich zu bilden, was stärkere Auswirkungen auf die Ausbreitung vieler Tiergattungen. Z.B. Der Rüsseltiere von Afrika über Asien nach Nord- und Südamerika hatte. In der südamerikanischen Tierwelt, die sich in der Isolation des Kontinents bis dahin eigenständig entwickelt hatte, verdrängten die eingewanderten Säbel-Zahnkatzen die Terrorvögel von der Spitze der Nahrungspyramide. Fauna, Europa Viele Tiergattungen des Pleozenes hatten bereits im vorangehenden Miozen gelebt. Die größten Tiere Europas wurden am Beginn der Epoche durch die Rüsseltiere Anancuso- und Zygodonte-Mastodonten repräsentiert. Giraffen- und Bose-Lafinne-Hornträger waren in dieser Epoche zum letzten Mal auch in Europa verbreitet. Typisch für Europa waren damals auch Gazellen. Große Hornträger überlebten mit Parabos aus dem Miozen und brachten mit der Gattung Alephys noch größere Formen hervor. Die fortschrittlicheren Formen der Hirsche brachten immer komplexere und größere Geweihe hervor. Unter den Schweinen überlebte Proput-Amocharus aus dem Miozen. Außerdem tauchten die ersten echten Schweine der Gattung Esus mit Esu-S-Avernenses auf. In Europa verschwanden vorübergehend die Flusspferde während die Kamele im Pliocen mit Parakamelus vor allem im Südosten verbreitet waren. Fossile Erdföckel sind etwa aus der Gegend von Perpignan bekannt. Die Nashörner büßten zu Beginn des Pliocens einen Großteil ihrer Formenvielfalt ein. So starben in Europa und dem östlichen Mittelmeerraum alle hörnlosen Formen aus. Die Gattungen Seretithrium und Dicerus, die heute in Afrika noch durch Breitmaul-Nashorn und Spitzmaul-Nashorn vertreten sind, sowie das hornlose, lustpferdartige Brachypothrium waren seit dem Beginn des Pliocens auf Afrika beschränkt. In Europa überlebte von den Nashörnern nur Stephanorhinus. Die Pferde waren mit Hyperion verbreitet. Tapire kamen vor allem in Südeuropa vor. Die beiden Säbelzahnkatzen Machairodus und Paramachairodus verschwanden am Beginn des Pliocens aus Europa. Metaiurus wurde durch Dinopheles ersetzt. Hyänen waren durch Knochen knackende Formen wie Ipachycocute und kleine Räuber wie Plioviverops vertreten. Daneben gab es die sogenannten Geparthyänen, die weniger an das Aufbrechen von Knochen, sondern eher an schnelle Verfolgungsjagden angepasst waren. Die Gattung Chesmei-Portestes war auch in Afrika und Asien verbreitet und wanderte über die Beringstraße auch nach Nordamerika ein. Auch Geparde waren in Europa mit Acinonyx padinensis verbreitet. Kleinere Räuber waren durch Füchse und Marderhunde vertreten. Mit Acreotrium überlebten auch die Bären aus dem Miozen bis ins Pliocen. Die Gattung Ursus, die sich im Miozen Asiens aus Ursavus entwickelt haben dürfte, tauchte im Pliocen mit Ursus Minimus erstmals in Europa auf. Affen waren mit Mekäka Priske, einem Verwandten des Berberaffen, sowie durch die Gattungen Paradolichopiadekis, Dolichopiadekis und Mesopiadekis ebenfalls verbreitet. Die Ruminoiden waren dagegen im späten Miozen aus Europa verschwunden. Die Nager waren im Pliocen Europas durch verschiedene Gattungen von Muriden sowie durch Krizetiden aus dem Miozen weiterhin vertreten. Außerdem sind Flughörnchen und Biber verbreitet. Im Süden Europas kamen Krokodile und Riesenschildkröten vor. Eine kurze kühle Phase im ansonsten milden Klima des frühen Pliocens führte vor rund 4 Millionen Jahren zum Einwandern von Steppennagern mit Sigmodontenzähnen wie Trilophomis, Seladensia und Bioncortenia nach Europa. Gegen Ende des Pliocens vor rund 3,2 Millionen Jahren verschwanden in Europa die letzten Giraffen. Der große Hornträger Parabos wurde zu dieser Zeit durch die Gattung Leptobos ersetzt, der bereits stark an heutige Rinder der Gattung Bos erinnerte. Weitere Hornträger, die nach Europa einwanderten, waren Gazelospira, Megalovus, Pliotragus. Dazu kamen die ersten Hirsche der heutigen Gattung Zervus sowie erste Vertreter der Riesenhirsche. Unter den Raubtieren tauchte ebenfalls vor etwa 3 Millionen Jahren die Puma-ähnliche Katze Vyatelurus schaubi zum ersten Mal auf. Außerdem erschienen erstmals hochentwickelte Markirodontine Säbelzahnkatzen wie Meganterion und Hometrium. Am Ende des Pliocens vor etwa 2,6 Millionen Jahren setzte eine Abkühlung des Erdklimas ein, in deren Verlauf Mammuts einwanderten und die alten Rüsseltiere wie Anancus ersetzten. Gleichzeitig wurden die Hipparionen durch moderne Pferde der Gattung Equus ersetzt, die sich vorher in Amerika aus Pliohippus entwickelten. Zwei weitere Einwanderer am Ende der Epoche waren Eucladozeros, ein großer Hirsch mit sehr komplexem Geweih und Libralcesan früher Elch. Dazu kamen die Hornträger Galogoral und Priovibus. Letzterer war ein Vorläufer des heutigen Muschus-Ochsen und ersetzte offenbar Megalovus und Pliotragus. Gleichzeitig verschwanden die Gattzellen aus Europa. Zu den neuen Einwanderern zählten auch Vorläufer der heutigen Wölfe, die in Europa mit Canis etruscus erschienen, sowie der europäische Jaguar. Die Gepardhyänen verschwanden zu dieser Zeit. Die große Katze Dinopheles hatte sich sogar bereits etwas früher aus Europa zurückgezogen. Die Krokodile, Riesenschildkröten und Tapire verschwanden ebenfalls aus Europa. Durch diese Wechsel bedingt gelicht die Fauna der folgenden Epoche des Pleistozehns bereits stark der heutigen Tierwelt. Asien Asien war mit Europa verbunden und beherbergte größtenteils ähnliche Tierformen. Allerdings überlebten hier einige Formen, wie die Celica, Arin und Giraffen länger. Typisch für das Pleocen Asiens ist auch die Nashorn-Gattung Rhinoceros. Afrika Die Rüsseltiere waren im Pleocen Afrikas reichhaltig durch Elefanten, Gomfu, Arin und Deinetirien repräsentiert. Seit dem mittleren Pleocen kamen die beiden heute noch lebenden Nashorn-Arten vor. Bis zum Ende des Pleocens vor etwa zwei Millionen Jahren überlebten die Celica, Arin mit Ansylotrium hennigi in Afrika. Die Pferde waren durch Hipparionen vertreten, bis am Beginn des Pleistozehns die Gattung Equus erschien. Verschiedene Schweine und zahlreiche Hornträger sind bekannt. Die heutige Imperle war ebenso wie die Gattungen Gazala und Trangela fus bereits vertreten. Giraffen waren durch langhalsige Formen ebenso wie durch die ausgestorbenen Rindergiraffen vertreten. Plus Pferde sind vor allem durch die Gattung Hexapotodon repräsentiert. Hamele sind im Fossilbericht Afrikas generell selten, erreichten aber im Pleocen südwärts immerhin Malawi. Die großen Raubtiere waren durch verschiedene Hyänen, Hunde und Katzen vertreten. Zu den großen Katzen zählte Dinophiles, Megantarion, Hometrium und seit dem späteren Pleocen auch die Gattungen Panthera und Acinonyx. Löwengroße Panthera-Formen sind etwa aus Lettoli in Tansania bekannt. Im Pleocen waren auch Bären mit Acryotrium bis in den Süden Afrikas verbreitet. Darüber hinaus lebten im Pleocen die Australopithecinen als Vorfahren des Menschen. Nordamerika Am Beginn des Pleocens Nordamerikas waren Pferde, Tapire, Rüsseltiere, Kamele und große Säbelzahnkatzen vertreten. Die knochenknackenden Hyänen wurden im Pleocen Nordamerikas durch große Hunde der Gattung Osteoboros vertreten. Im Verlauf des Pleocens bildete sich die mittelamerikanische Landbrücke, die zum ersten Mal seit Millionen Jahre während der Isolation den nordamerikanischen mit dem südamerikanischen Kontinent verbannt. Während dieses großen amerikanischen Faunenaustauschs wanderten Bodenfaultiere, Glyptodonten, Pampeterin und Gürteltiere aus Südamerika ein und besiedelten Nordamerika. Dagegen verschwanden die Nashörner im Verlauf des Pleocens mit Gattungen wie Teleoceras endgültig aus Nordamerika. Südamerika Der südamerikanische Kontinent war stärker vom großen Faunenaustausch betroffen als Nordamerika. Zahlreiche heute für Südamerika typische Säugetierfamilien wanderten im Pleocen über die neu entstandene mittelamerikanische Landbrücke. Darunter waren die Katzen, Hunde, Kamele, Hirsche, Nabelschweine und Tapire. Auch einige Familien, die erst ganz am Ende des Pleistozehns wieder aus Südamerika verschwanden, so etwa die Pferde und Gumpfarien, wanderten damals ein. Sie ersetzten die einzigartige Fauna des südamerikanischen Pleocens zum großen Teil. Zahlreiche südamerikanische Säuger, die sich in Südamerika isoliert entwickelt hatten, starben aus und wurden durch die Einwanderer aus dem Norden ersetzt. Darunter war der Sebelzahnräuber Thylacosmilus. Unter den Formen, die sich behaupten konnten, befanden sich vor allem verschiedene Nebengelenktiere sowie einige Urhuftiere. Außerdem überlebten zahlreiche Nager und Primaten, die bereits erheblich früher als Inselhüpfer über enge Meeresarme nach Südamerika eingewandert waren. Alpidische Gebirgsbildung Die im Neogen ablaufende alpidische Gebirgsbildung der Alpen, Karpaten und anderer Gebirge in Eurasien kam fast zum Stillstand. Die großen Sedimentmassen in Europasebenen und tektonischen Becken wurden im Pleocen nur noch durch eine relativ dünne Formation überdeckt, bevor die Gletscher und Schotter der ersten großen Kaltzeiten die heutigen Landschaften prägten. Die im Neogen ablaufende alpidische Gebirge in Eurasien kam fast zum Stillstand.